Hallihallo meine Lieben. Ja, Neues aus dem Plüschkörbchen von unserer Hündin Rindhintin. Ja, die Kleinen sind jetzt heute auf den Tag genau 19 Tage alt. Ja, und wie man sieht, haben sich die Kleinen zu richtigen runden Kaulquappen entwickelt und haben mittlerweile auch, wenn sie wach sind, die Augen offen. Guck, jetzt sieht man es bei dem kleinen Bub. Da hat er die Augen auf. Oh, guck mal, da blinzelt mich noch eine an. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Ach, Gutele. Guckt euch mal das Gesicht an. Ist die nicht goldig? Du kleiner Muckmuck. Du kleiner Muckmuck. Und du? Hallo, ihr sollt doch mal zeigen, wie schön ihr die Äugelchen jetzt offen habt. Hallo. Nein, lieber schön kuschelnd. Hallo, du kleines. Hallo, du kleines Mäuslein. Oh. Sind die nicht süß? Das ist das Mädchen, das Lilac-Mehl mit den wenigen Tupfen. Und das hinten dran ist das mit den vielen Tupfen. Und das hier vorne mit der schönen weißen Blöße, der im Moment so aktiv ist. Das ist der Bub. Aber die meiste Zeit vom Tag schlafen sie einfach noch. Och, du kleiner Genießer. Du bist ein kleiner Genießer, gell? Kleiner Muckmuck. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ja, wie gesagt, die meiste Zeit liegen sie nur da und schlafen. Das Einzige ist, wenn man mal ins Körbchen reinsteigt. Dann müsstet ihr mal sehen. Dann geht's los. Das war's dann mit Neuigkeiten von unseren 19 Tage alten Pomeranian-Babys. Von Mama Rentin-Tin. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.